Wir sitzen gerade in einem schönen Wohnmobil, einem Bürstner. Daniela sitzt hinter dem Steuer und fährt jetzt mit mir in Urlaub. Und damit begrüße ich Sie recht herzlich zum Ratgeber Handicap. Ich fahre leider nicht mit Daniela in Urlaub, aber die Daniela führt mal vor, wie dieses umgebaute Wohnmobil für Selbstfahrer funktioniert. Wir haben hier rechts ein Handbediengerät für Gas und Bremse, sowie auf der linken Seite eine Multifunktionslenkerdrehknauf. Mit dem Handbediengerät gibt man Gas und Bremse. Durch Zug nach hinten gibt man Gas, Druck nach vorne ist die Bremse. Mit dem Multifunktionslenkerdrehknauf kann man die wichtigsten Sekundärfunktionen bedienen, wie den Blinker, die Hupe, den Scheibenwischer und so weiter. Ja, somit ist zum einen das Fahrzeug so umgebaut, dass ein Rollstuhlfahrer selbstständig das Fahrzeug lenken kann, aber man kann in dem Fahrzeug natürlich noch mehr. Ja, nach dem Transfer sieht man, dass man noch genügend Platz im Wohnmobil für den Rollstuhl hat. Man kann durchs Wohnmobil durchfahren. Hier ist man im Küchenbereich. Man kann jetzt an den Herd, an die Küche ran. Fährt man weiter durch, kommt man in den Dusch- und Toilettenbereich. Die Toilette kann vom Rollstuhl aus benutzt werden. Rechts befindet sich die Dusche. Also so haben wir hier ein Wohnmobil für einen aktiven Rollstuhlfahrer. Zum Beispiel mit einer Paraplegie oder einer Hemiplegie. Man kann sich komplett selbstständig alleine in dem Fahrzeug fortbewegen, umsetzen, schlafen, kochen, spülen. Ja, alles was man möchte. Und so fährt man dann bequem nach draußen und verlässt das Wohnmobil. Ja Daniela, wie ist das mit so einem Wohnmobil? Wäre das was für dich? Also es ist wirklich schon super. Man hat echt viel Platz. Es ist so geräumig, man kommt als Rollstuhlfahrer da tatsächlich richtig gut zurecht. Ja, also wenn Daniela das sagt, dann wird was dran sein. Denn natürlich gibt es tausend verschiedene Arten von Wohnmobilen, Aufbauten, Aufbauhersteller und so weiter. Sollten Sie Fragen haben zum Wohnmobilumbau, zum Pkw-Umbau, zum Führerschein, rufen Sie uns an, kontaktieren Sie uns. Sehr gerne beantworten wir Ihre Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank.